Boah, Entschuldigung. Woher ist der Zokehle weggevögelt denn? Bäm, den Beißler. Woher hab ich den Beißler noch weggeschickt? Der kommt nicht hinterher. Wartet auf mich. Du Ficker. Vereinte Power. Mhm. Aua. Kenny ist das, oh, schau ja. Kenny ist das Abwehrviecher. Mit seinem fetten Bulldozer. Der Tulle von Bölls. Der Tulle von Bölls. Ich hab den Weg freigemacht. Oh mein. Kenny springt drüber. Joker-Matz. Wenn über den Ball rüber guckt. Batz. Ich hab den Format. Wiii. Guten Tag. Schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich glaub Ball ist das das falsche Team gewesen, kann das sein? Äh, ich hab auf Auto geklickt. Und ist zumindest der Spaß. Alle gegen den Michi. Ich hab eigentlich auf Auto geklickt. Und wollte eigentlich das Auto wechseln. Geht das hier nicht in dem Modus? Nein, das heißt dann automatisch weht das zufälliges aus. Jetzt zieht er uns ab. Der Caveman steht auch nur im Tor? Ja. 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 Dabei hab ich mich so schön durchgesetzt. Ja. Bis dahin war schön. Ja. Mach das Tor. Boa Sen. Boa Sen. Der Caveman. Ach der ist jetzt bei euch gelandet. Deswegen. Mein grade Fehler. Der einzige der in der Nähe vom Ball ist. Hey, ich bin auch rückwärts hinterher gefahren. Ich war in der Luft. Ich war so hoch geschossen. Pfff. Entschuldigung Kenny. Kein Problem, der ist trotzdem drin. Was für'n Zuspiel, Wajo! Das müssen wir öfter mal so machen! Verarmen! Sag Schubstrichter weg, ey! Wunderbar war das! So, ich hoffe es noch mal! Ich glaube nicht! Okay! Okay, ich bin auch dabei! Ah, schade! Ah, scheiße! Beisler und ich fahren bis mal da oben rum! Guckt er denn die dran? Beisler fällt schon wieder da oben spitzieren! Oh shit! Kann denn jemand retten? Danke Kenny! Da ist der Beisler! Ich hab mal den Uri weggekickt! Beisler hat mal den Ball gewonnen, oder? Oh, ich bin im Tor! Ich bin im Tor! Ja, es ist aber auch nur Zufall, dass ich den Ball gewinne! So richtig... Ich bin ihm noch nicht vertraut da! Nice Kenny! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin hier hinterher! Wartet auf mich! Alter! Ich bin Hehehe! Ich bin ein Tor! Oh! Boah! Entschuldigung! Boah! Entschuldigung! Aua! Nein! Wer hat mich denn an den Ball gedrückt? Kenny und ich werden super gestorben. Was ist denn? Scheiße! Doppel-Pake besser. Jaaaaaa! Caveman mit der Vorlage! Was für ein geknödel hier ey! Scheiße! Das war ein schöner Geräusch! Schön! Press Ball! Press Wurst! Aua! Wie hier nochmal aussieht! Scheiße! Sind das da alle echte Gegner jetzt oder auch nur KI-Gegner? Auch nur KI! Was? Ich dachte wir sind echt die Geilsteise! Doch echte KI! Meinst du wie die die uns online fällig machen würden? Naja sicher! Mit Absprache und so! Mit Taktik! Nein! Den hätte ich einfach nur lassen sollen oder? Ich weiß nicht! Der wäre wahrscheinlich gut aufs Tor gekommen! Ich trau mich nicht! Oh scheiße ich bin im Tor! Ich glaube der White Gamer hat das auch! Oh! Der spielt das nämlich jetzt gerade auch! Der Julian! Oh Gott! Nee ich weiß es nicht! Nein! Aber der Frank habe ich noch ins Team drin! Der hat das natürlich auch gerade gespielt! Okay! Nein! Nein! Niemand was gehört Kenny! Ist schon ewig nicht mehr! Ich hab den mal angeschrieben und hab mir das nicht geantwortet! Der hatte mal ein Info-Video gemacht aber schon über ein Dreivierteljahr her! Nein! Ah! Guck dir den Juri an! Der macht sogar ein Tor! Bis er wegfliegt! Guck dir den Juri an! Vereinte Power! Mhm! Für die Blauen! 30 Sekunden! Blauer Power! Aua Weg da, Feisler Ja 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 So wird's gemacht Keine Gnade Wir fahren der Puff Das letzte Tor, das letzte große Scheiße Nein Ein Zylinder habe ich freigeschaltet Na, Feisler wieder gegen uns Nein, ich würde eigentlich wieder rüber wechseln Aber ich kann hier ja eh kein Auto ändern Hätte jetzt gerne einen Zylinder drauf gemacht, den ich gerade freigeschaltet habe Aber So, jetzt müsste ich ja wieder bei euch im Team sein Ja Batz, Goose, Chipper und Kahn Batz, Goose, Chipper, Kahn Ah, der Kauly, Kahn Den wir mit Erster Ballkontakt plus 5 Super Hauptsache am Ball Oh, das ist Goal vom Joker Der Joker macht's Goal Wenn jetzt so ein Spanier Wenn sich das anguckt, so von hinten und dann Dann mach ich's mal Wenn der Spanier das kommentieren würde, würde ich sagen Goal Wie man das ja kennt von der Spanier Äh, kenn ich's gerade Ja, ich musste soziale Kontakte pflegen Goal 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 am Bundesbeißler Goal, 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 Goal So machen das doch die Spanier immer So, erst mein zweites Tor Ich hab tatsächlich mal wieder eins geschossen Unfassbar Fick den Kenny Fick den Kenny Fick den Kenny Der Kenny wird hoffe, dass kein Tor mehr fällt heute von mir Na Nice Kenny Das ist einfach nur pures Chaos Nein Danke Boah, was für ein Feuerwerk Double-Kill Besteigte einen im Tor bei denen Ok, nicht mehr Bus ist wieder raus Dus二ys Streamste eigentlich Kenny? Nein Dann könnte ich nicht im Skype sein Ach,so wir könnten auch einen TS machen Wenn du's probieren web magst Ja, aber ganz ehrlich, das Spiel ist so hässlich auf meinem Rechner, da kannst du vergessen, ey. Das wird sich keiner angucken, ey. Fahr, Valvo, fahr! Ja! Ich hab mir jetzt mal ihn weggebübelt. Den Kahn! Und zwar genau... Ja. Ja, das war eine geile Sache vom Valvo-Reck. Da! Jetzt geht's gleich Ding-Dong. Ich kann das ja nicht machen. Tja, gell? Michi, es geht weiter! Ich schau mir das immer erst gemütlich von hinten an. Unser Social Media Experte. Ja, der holt sich einen von hinten an. Hehehehe. Oh, Randy, Marsch, hat's gemacht. Wo ist so in das? Randy Marsch, der fickt den anderen voll den Marsch. Dies war eigentlich meins, oder? Was? Guck eins. Kahn hat es gemacht. Kahn hat ihn... Kahn. Olli Kahn! Die Wiese alle drei aufstürzen. Boots. Nice. Ich bin über Kenny noch übergeflutscht. Da kann der Chipper-Field auch nix mehr machen. 5 zu 0. Wow, knapp. Oh mein Gott, nein. Kenny, gab's mein Gott schreib in dem Chat, oder wie? Jo. Äh, Bats. Oh, shit. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Auch mit dem Controller. Äh, ja, mit dem Steuerkreuz. Wie die blauen da alle rumliegen. Scheiße. Ich weiß nicht, wie du das jetzt gemacht hast. Das war mit dem Steuerkreuz. Okay, hier würden wir mit dem Steuerkreuz das andere stehen. Macht die doch ein, Jungs, wo steht ihr denn alle? Ihr Pusher-Trungen. Das sind aber schon Sätze vorgeschrieben. Ja. Ficken, bumsen, blau. Boah, könntest du mal aufhören zu chatten und eher mithelfen? Nein! 5-5-0, schau mal deine Basis, Alter. Nein! Oh shit. Hat irgendwie unten ein Tor geschossen. Oh, ihr Pusher-Trungen, ey. Ich war... Oh, Mann. Nee. Oh, Gott. So bescheuert, ich wollte dich... Nein, da stehe doch ich. Du ne fucking Scheiße. Ich kann nicht schrecken. Boi. Raaah. Genau das Wikingerhorn. Shit. Nein! Die Linie hat die Sau, die nicht kriegt, ey. Aul. Aua. Hör auf mich zu ficken. Du doofe KI. No, meinst du... No, meinst du... Das war eigentlich eine ganz andere Taktik. Ich wollte eigentlich hier stehen und... Ja, nein! So wie jetzt hier. Jetzt muss noch einer da rüber passen. Fuck! Kuckuckuckweibu. Hallo. Hallo. Da kommt der Kenny mit der Video-Feuerwehr. Ich fick mal den Chipper und den Goose. Komm, komm, schnell, 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 ich lege keinen ab. Okay. Fuck. Ich immer wieder versuche, so ne Bälle anzugeben, ey. Oh shit. Sorry Kenny. Nichts passiert, alles gut. Nichts passiert, die Fonds geil. Da geht was. Macht dich für wen? Ja, wow. Fast ne Gälle-Kombi. Ja, Kenny. Bei Eisler. Ja, 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 das war's nicht. Ja, haha. Wuuu. Wie ist denn das passiert? Das müssen wir uns nochmal angucken, ey. An die Schossen. Den hab ich aber nur an die Schossen gehört. Im Vorbeifahren, ey. Der hat mich abgeschossen. Meine Taktik hat funktioniert, da einfach vorm Tor rumzustehen. Und jetzt fixe ich alle weeeeg. Zah-erstörung. Zalberfahr. Tor von Zalberfahr. Und da hab ich dich auch verfahren. Und hab aber eine Explodier-Nasse hinter dir. Wie dein Parkett. Das war schon das dritte Tor vom Feisler. Hier kriegt vielleicht noch eins. Nein. Taktik von grad eh wird sich ausgezahlt. Mal einfach warte, was da passiert. Und wenn der dir vor die Füße schlägt, abstauere. Abschmodern. Schön. Das wär jetzt eh gewesen, Joker. Den hätt das schön selber reingefickt. Nice. Jetzt hab ich den Merk. Den Merk hab ich jetzt freigeschaltet bekommen. Den Laster, wo der Kenny hat. Merk. Die Merkel. Grüß Gott zu Haus. Das war da wieder vor. Das war da wieder vor. Weg da! Weg da! Weg da! Mit der Pulle! Das ist der Maverick! Oh, der liegt vor! Hab ich! Hab ich! Hab ich! Schön! Schön! Hab ich auch! Aber zu hoch! Weg! Hab's Bogen gemacht! Und Bogen! Ja! Rüber! 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 Einfach nur rüber! Ja! Nein! Ja! Ja! So hat die Spielzug! Es hat mit Plan nicht mehr viel zu tun gehabt! Aber das ist wunderschön! Ähm! Fuck! Warmer! Fuck! Warmer! Ja! Scheiße! Jeder fahrt vor weit! Das ist ein kassilianisches Tor vor die Vorarme gewinnen! Ein ganz kleines Stück hat ihn gewinnen! In Slowmotion! Scheiße! Jetzt nimmt den wieder jeder! Wir sind voll koordiniert! Ich muss mir nur auf den Kopf springen, der Ball! Und dann könnte ich ihn schießen! Vorlage! Macht's wer! Also! Geht ihn in die andere Richtung! No! Wer hat mich da denn von hinten angeknattert, ey! Das ist schon weg, glaube ich! Ne, Samara! Oh, Samara, Alter! Scheiße! Ja, hier! Hier! Ja! 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 Da ist das Goal g'si! Und jetzt schauen wir es noch einmal an, wie es passiert ist! 2 zu 2 für die Schweiz! Ohnechlaublich! Moment, wir sind für die Schweiz? Ich bin weg hier! Ja, ich bin dort und auch in der Videofamilie! Und jetzt ist das nächste Goal! Er macht das Goal! Jawohl! Er macht das Goal! Ich brauche es dir nicht! Ich kenne ihn nicht! Ich kenne ihn, der Erunschamt! Ja, geil! Ja, Valvorik, der macht's Goal! Österreich fliebt du's! Dann eben habe ich noch ein Interview g'sehe von Marcel Koller im Sportpanorama, der gesagt, da spreche ich Ihnen in Wien, wenn auf der Straße läuft, die Leute an und sagen Danke, dass er Österreich zur EM gemacht hat. Für diesen guten Morgen! Danke für jeden neuen Tag! Danke, dass ich an meine Sorgen auf dich... Kein Goal schießen kann! Zweiter Schuss, Vierter, oder? Glaub ich! Aua! So viel habe ich ja noch nicht mal in Reel auf dem Bolzplatz hingekriegt, so viele Tore! Kegelfußball! Kegelfußball, das wäre die nächste Sportart! Das wäre das neue Spiel, oder? Wenn ich nur ein Spiel programmieren könnte, würde ich sowas programmiere! Kegelfußball, the game! Und dann als Early Access auf Steam rausbringen! Ja! Mit verbesserte Grafik! Kickstarter! Die Leute ausbluten lassen! Haha! Blut! Nein! Nein! Oh, es ist schon passiert! W- noiii! Das sind die Zahlen für soe'was! Nein! Scheiss! Nein! 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 Boah, stark. Nein. Schade. Nein. Mach es. Mach es. Los, Michi. Ich wollte doppelt springen und das hat nicht geklappt. Ich habe die Wallen nicht gekriegt. Ich brauche ihn. Da war ein Kampf. Shit. Sorry, Weibo. Passt schon. Nein. Aua. Kenny ist das Abwehrpieche. Mit seinem fetten Bulldozer. Der Dicke. Alter, falls jeder von euch ist vorbei oder halt? Der Tulle von Bölz. Der Tulle von Bölz. Ja, Kenny. Ja, Luthier. Schau. Er macht es hinten. Er macht es vorne. Er macht Eupherskode und Zorre. Die Schmiedsgmühne. Das wird der Schmied zum Eistertitel. Was ist denn jetzt eine Joke? Weißlein unten durch jeden Fall. Und nur Ball, Hoke. Die Ballkamera. No! Oh, schön, Kenny. Kenny auf der Linie hier. Pff, wunzeln. Ich habe den Weg freigemacht. Kenny springt drüber. Pff, wunzeln. Joe Kamalz. Ich bin über den Ball rüberguckt. Bats! Ich schieb den vor, mal herzlichen Mann. Wuiiii. Brunhilde und Brunhilde zu Max. Ablenkungsmanöle war hier für die Gegner. Ja. Kenn ich mich auch nicht, Brunhilde? Ja. Voll geil. Brunhilde mit dem Blitz. Ich bin Thor. Boah, ihr beiden krach jetzt zusammen. Das ist meiner. Scheiße. Ach. Biatsch. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Weg. Oh, ich habe auch Mavericks hochgestanden. I just wanna be with you. I do what you want me to. Just, just wanna be with you. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Beißler, nicht die Weg stehen. Ui. Schade. Oh. Ich habe den schon fast zu mir kommen gesehen, aber... Beißler muss sich ein bisschen mehr bewegen da vorne. Ein klassischer Strafraumstürmer. Oh, aua. Ich fahre doch da. Baa. Dö, 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 dö. Konfetti-Raketenspur geil. Oh, die habe ich auch freigeschaltet bekommen. Das müssen wir gleich noch versuchen, entweder online versuchen, oder halt mal mit mehr Zeit vielleicht noch. Jetzt wird aber gleich Weltmeisterung, das ist das Halbfinale. Kenny? Wat? Bessler? Go, go, go. So. Beißler. Alles klar. Ich muss ja schon was trinken, ja? Der chattet wieder. Schreibt wieder was. Hallo. Es geht auch hier gar nicht. Gut, mit deinem... Oh, 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 oh. Ich bin zu geil. Oh, oh, oh. Ich würde mich freuen, wenn du zu einer guten Party kommst. Michian Beißler. Machst du, Kenny? Jo. Tue. Fotzen. Sag, ich habe ihn. Fotzen, Hobel. Scheiße. Oh. Ich werde gefiestet. Wer passt halt da wieder sein Konfetti überall, ey. Oh. Das kann wohl ich sein. Ich war erstmal begrenzt. Konfetti-Rege hier. Kenny fliegt ins Tor. Oh, wey. Shit. Oh, oh, oh. Lange Kirsche. Den habe ich eventuell verkannt. Sorry. Nein. Nein. Da fährte Lance Armstrong mit. Skandal. Ich habe zu spät. Sorry, ciao, Colin. War wohl eine gute Reflexion. Das war eine falsche Seite. Für welches Team war es denn noch mal? Red Bull Racing. Vorlage. Nein. Oh. Oh. Nein. Oh, oh, doch. Wow. Schöne Vorlage. Schöne Vorlage. Picken. Picken. Ja. Da. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh. Guck dir den Beißler an. Der fickt mich auch gerne weg. Der fickt dich. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Joker. Nein. Albert hat deine Konfetti-Rakete instellen. Ja. 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 Das ist mein Ding. Schön. Schönes Ding. Stimmt. Du hast jetzt diese Konfetti-Rakete da eingestellt. Wie da alle rumfahren. Ich hab die Konfetti, ja. Wie hast du die jetzt eingestellt? Man kann ja auf jetzt anlegen klicken, wenn man es bekommt. Ah, okay. Ich hab mich hier so noch umgesinnt. Gut gemacht. Aua. Boah, da war Kotze drin. Ö, ist das eklig. Nein. Doch, das ist sau eklig. Wo bin ich denn der Ball wohin? Warum hat er nichts gelernt? Jetzt, Kenny. Mach. Joker. What, what, what? Ja, mit Gefühl. Vorlage. Ja, ich bin der Arsch. Äh, Randy, warsch. Da brennt dir der Arsch weg. Ja, mit Gefühl. Ja, die Vorlage, ne? Ja, mit Gefühl. Das war das Leidermann, wo es gemacht hat. Der Slidermann, 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 Slidermann mit deinem Konfetti, der war wohl hier unterwegs. Und? Scheiße. Oh, das liegt doch rein. Da war jetzt doch mal die klassische Abstauber-Schoss. Oh, Sven. Mit seinen Zetteln. Entschuldigung, wenn auch immer ich da grad wegfickt hab. Den 15 Patches des Länders. Noch mal, Entschuldigung. Lass mich doch zum Ball, ihr Duples. Ich muss das immer machen, hier, ey. Alle pick mich und, ach komm, dann nutze ich's mal aus, hier. Ja. Und boi, boi. Schön. Du hast auch die Brunhilde auf. Brunhilde, Team. Oh. Ach so, der hat so viel Verwirrung, ey. Boah, Alter. Da hab ich den Kenny nochmal geschießt. Und ich hätte den Warsolo nicht... Explodiert er. Oh, shit. Fuck. Auah. Oh, 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 oh. Nein. No. Oh, shit. Ich hatte kein Turbo mehr, ey. Ich bin vorbeigefahren. Ich bin vorbeigefahren erst einmal und dann nochmal, ey. Oh, Gott. Und ich bin da nicht mehr richtig hintergekommen, ey. Fick. Aber Reni war im Tor. Das hat er gezählt. Huck dir den Tor, war dann. Mach mich nicht an. Ja. Ja, natürlich. Stopp, nimm mir den noch weg, ey. Dann erkennst du doch ein paar Mal. Gab's Vorlage für dich, Kenny? Ja. Tschüss. Herr Peißler. Der ist schlecht. Oha, Peißler, du Fick. Was war denn der? Der Dachl. Peißl. Sehr wohl. Das ist doch der Robin. Ich stehe als einziger vorne. Peißler knattert mich vor der Kanne weg. Oh. Oh. Du darfst das Tor nicht schießen. Ja, so wirkt's. Nein. Oh, scheiße, falsche Richtung. Fick nicht, du dreckiger Ball. Kenny wird schon gelöntet. Nein, oh Gott, das ist doch nicht reilig gewesen. Das war jämweilig, ey. Kenny und ich. Gabal. Joker fand ihr bei. Und der Peißler auch. Der weiß, der lutscht sich schon wieder hin. Ja. Nein. Nein. Du doch. Nicht. Beißler. Die wusste doch Sache. Ja, mit dem Springer, das, wenn ich spring, das bringt nichts. Der springt immer überall woanders hin. Fuck. Jetzt muss ich genau auf den Ball drauf springen. Wieder ein Eigentor eigentlich, oder? Ich hab den nämlich so richtig geil angeschossen. Guck mal. Und jetzt quämm. Aber das wird komischerweise von dem Spiel hier als Eigentor gewertet. Jetzt lass mich vor. Nein. Alle vier. Keine rückwärts. Au. Es wird ein Eigentor von allen Vieren. Ich war nochmal am Ball dran. Sehr tollster Spieler. Hexenhut freigeschaltet. Teufelshörner. Artic Pink. Raketenspür. Jetzt anlegen.